Willkommen. Um die neuesten Entwicklungen und exklusiven Berichte über den von Israel geführten Krieg nicht zu verpassen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Israels Bemühungen, seine Terrorkampagne im Gazastreifen zu beenden, drängen die Hamas immer tiefer in die Geschichte. Die Hamas, die für das Massaker von Sibin. Oktoberverantwortlich ist, steht nun, einem massiven israelischen, Militärkontingent von 300.000, Mann im Gazastreifen mit einer Terrortruppe von etwa 40.000 Mann hilflos gegenüber. Die fast einwöchige Pause war eine Atempause für Hamas-Terrormitglieder, Anführer und sogenannte Kommandeure. Doch die Belagerungen, Blockaden, Razzien, Überfälle und Bodenangriffe der IDF-Kräfte wurden nach der Waffenruhe wieder aufgenommen. Mit der erneuten Mobilisierung Israels ist die Hamas zu ihren Tunnelnetzen zurückgekehrt. Öffentliche unterirdische Räume in Gaza sind erneut zu Brutstätten des Terrors geworden. Zu den kritischsten gehören die Krankenhäuser Schiefer und Indonesier. Die IDF entdeckten jedoch einen großen Teil des unterirdischen Tunnelnetzes in diesen Gebieten und zerstörten die Tunnelschächte und einige der Verbindungswege zu diesen unterirdischen Passagen. Die Offensivoperation, die die israelische Armee derzeit mit Unterstützung der Boden-, See- und Luftstreitkräfte durchführt, hat den unterirdischen Tunnelnetzen der Hamas einen historischen Schlag versetzt. Nach Angaben der israelischen Verteidigungsstreitkräfte wurden seit Beginn der Bodenoffensive mehr als 800 Tunnelschächte im Gazastreifen entdeckt. Nach Angaben der IDF wurden bereits 500 dieser Tunnel zerstört, entweder durch den Einsatz großer Mengen von Sprengstoff oder durch Versiegelung. Die zerstörten Tunnel sind hunderte von Kilometern lang. Nach Angaben der IDF sind viele dieser langen Tunnel mit strategischen Einrichtungen der Hamas verbunden. In diesen Tunnelnetzen wurden zahlreiche Waffen und militärische Munition entdeckt. Es wird daher erwartet, dass die Hamas große Probleme mit militärischer Munition haben wird. Andererseits befanden sich die Schächte dieser Tunnellinien in zivilen Gebieten und viele von ihnen lagen in der Nähe von oder in Bildungseinrichtungen, Kindergärten und Spielplätzen. Diese Erkenntnisse sind ein weiteres Indiz dafür, dass die Terrororganisation Hamas die Zivilbewölkerung als menschliche Schutzgilde und als Deckung für ihre terroristischen Aktivitäten benutzt. Die Hamas hat sogar ihre wichtigsten und strategisch wichtigsten Hauptquartiere unterirdisch in öffentlichen Gebäuden errichtet. Die jüngsten Offensivoperationen der IDF haben diese Hamas-Hauptquartiere jedoch wieder ans Tageslicht gebracht. Wie die IDF heute mitteilte, hat die Luftwaffe die ganze Nacht hindurch Angriffe auf Hamas-Tunnel, Kommandozentralen, Munitionsdepots und andere mit Terrorgruppen im Gazastreifen verbundene Einrichtungen durchgeführt. Einige der zerstörten Hamas-Terrorquellen befanden sich in der Nähe des Zentrums des Gazastreifens, während andere im Norden gelegen waren. Die IDF gaben außerdem bekannt, dass eine Gruppe von Hamas-Terror-Mitgliedern durch eine Drohne ausgeschaltet wurde, die von Truppen der Siebten. Nach diesen entscheidenden Schritten hat die Hamas ihren logistischen Vorteil im Zentrum und im Süden des Gazastreifens, einschließlich des Nordens und des Nordens des Gazastreifens, ebenso verloren wie den wichtigen Mantel der Geheimhaltung und die moralische Motivation, die sie aus ihrer Tunnelinfrastruktur bezieht. Vor diesem Hintergrund beschloss die IDF, ihre Bodenoffensive auf die südlichen Linien des Streifens auszuweiten. Nach dem Waffenstillstand aktivierten die IDF-Kräfte ihre Kampfjets und bombardierten den südlichen Gazastreifen. Zu den von den IDF-Kampfflugzeugen angegriffenen Gebieten gehörten wichtige Zentren, von denen aus die Hamas ihre sogenannten Führer und Kommandeore entsendet. Mit anderen Worten, Israel ist es gelungen, Phase 2 des Flugplans, der Hamas, der einen Exodus in den südlichen Gazastreifen Worsit, zu zerstören, bevor sie überhaupt begonnen hat. Die Route der Hamas scheint dabei Kanionis zu sein. Die Terrororganisation könnte auch in die Siedlung Rafa ziehen. Dies wird sich mit der Zeit herausstellen. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die IDF eine umfassende Bodenoffensive im Süden des Gazastreifens starten wird. Ronenbar, Israels ranghöchster Beauftragter für innere Sicherheit, teilte kritische Einschätzungen zu diesem Thema mit und gab damit zu verstehen, dass die Zusammenstöße und Angriffe anhalten werden. Ronenbar erklärte, Israels sei entschlossen, die Hamas-Weltweh zu eliminieren, auch wenn dies Jahre dauern sollte. Ronenbar ist Direktor der israelischen Sicherheitsbehörde, auch bekannt als Shinbad, Israels interner Sicherheitsbehörde, die mit der Terrorismusbekämpfung beauftragt ist. Die Äußerungen sind daher von großer Bedeutung für Israels künftige Offensivstrategien. Herba deutete an, dass die Terrorführer der Hamas und alle ihre Mitglieder weltweit gesucht werden. Auch dies ist ein bemerkenswertes Detail. Während israelische Beamte betonten, dass der Krieg mit aller Härte fortgesetzt und die Hamas ausgeschaltet werden würde, gab es auch Parteien, die einen Waffenstillstand forderten. Katar ist eine dieser Parteien. Erst kürzlich betonte der katarische Premierminister die Notwendigkeit eines Waffenstillstands im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Der katarische Premierminister und Außenminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al-Tani traf am Sonntag mit US-Außenminister Antony Blinken zusammen. Bei diesem Treffen bekräftigte der Premierminister das Engagement Katars für die laufenden Bemühungen um die Wiederherstellung der Ruhe in der Region, gemeinsam mit den katarischen Vermittlungspartnern. Im vergangenen Monat vermittelte Katar in Abstimmung mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung zwischen Israel, der Hamas und Ägypten über die Freilassung ausländischer Staatsangehöriger und schwer verletzter palästinensischer Zivilisten aus dem Gaza-Streifen nach Ägypten. In der Tat gab es vor kurzem heiße Nachrichten zu diesem Thema. Nach Angaben eines ägyptischen Grenzbeamten kamen am Samstag und Sonntag mehr als 850 Doppelbürger am Grenzübergang Rafah von Gaza nach Ägypten. Von den 800 den 1.16 palästinensischen Doppelbürgern, die nach Ägypten einreisten, waren 17 amerikanische und 130 türkische Staatsbürger. Bei den übrigen handelt es sich vermutlich um Doppelstaatsbürger aus Ägypten, Südafrika, Deutschland, Kanada, Australien, Dänemark und Kanada. In Rafah, im südlichen Gaza-Streifen, warnt die IDF weiterhin die Anwohner dieser Gebiete, ihre Häuser zu verlassen, da die Operationen zur Befreiung der Zivilbevölkerung von der Hamas fortgesetzt werden. Nach der Wiederaufnahme ihrer Militäroffensiege forderten die israelischen Verteidigungskräfte die Zivilbevölkerung auf, ein großes Gebiet zu verlassen, darunter auch einige Stadtviertel im südlichen Gaza-Streifen. Die IDF teilten den Menschen mit, dass es sicher sei, einige Gebiete südöstlich der südlichen Gaza-Stadt Kanjunis zu evakuieren, wo in den letzten Wochen viele Menschen Schutz gesucht hatten. Die gleichen Warnungen galten jedoch auch für den nördlichen Gaza-Streifen. Die IDF wiesen die Menschen auch an, einige Gebiete im nördlichen Gaza-Streifen zu verlassen, darunter Jabalya, Sheyaya, Zaitun und die Altstadt von Gaza. Um die Umsiedlung der Menschen im Detail zu beschreiben, veröffentlichte die IDF eine neue Karte des Gaza-Streifens, die den Streifen in hunderte von nummerierten Gebieten unterteilt, die sie Evakuierungszonen nennt. Die IDF erklärte, sie werde die Karte nutzen, um den Bewohnern zu raten, zivile Gebiete zu evakuieren, in denen die Hamas nach eigenen Angaben militärische Infrastrukturen errichtet hat. In den sozialen Medien nutzt die Terrororganisation Hamas die Bemühungen Israels, das Leben der Bewohner des Gaza-Streifens zu schützen, als verräterische Propaganda. Die Hamas arbeitet hart daran, die Evakuierungsbemühungen der IDF in ein schlechtes Licht zu rücken. Wenn wir den Krieg aus einer viel umfassenderen Perspektive betrachten, ist es klar, dass die Hamas für all das verantwortlich ist. Denn wir alle haben gesehen, vielleicht tausende Male, wie die Hamas Bewohner des Gaza-Streifens als menschliche Schutzschilde benutzt hat. Wir waren auch viele Male Zeuge der Tötung von Einwohnern des Gaza-Streifens durch Mitglieder der Terrororganisation gegen den Krieg und gegen die Hamas. Und wir waren auch viele Male Zeuge der Verbarrikadierung von Evakuierungszonen. Die Hamas verübte inakzeptable zivile Angriffe gegen Bewohner des Gaza-Streifens, die an diesen Kontrollpunkten fliehen wollten. Finden Sie nicht auch, dass hier etwas nicht stimmt? Angesichts all dieser Details können wir verstehen, welche Seite sich mehr um die Bewohner des Gaza-Streifens kümmert. Verlassen Sie sich daher nicht auf die Fake News, die in den sozialen Medien kursieren. Und vergessen Sie nicht, wie die Hamas die Bewohner benutzt und versucht, den Krieg zu erschweren. Solange die Terrororganisation nicht vollständig aus dem Gaza-Streifen vertrieben ist, werden wir wahrscheinlich noch viele tragische Situationen wie diese erleben. Wir hoffen, dass die IDF der für die Bewohner des Gaza-Streifens gefährlichsten Organisation, der Hamas, bald ein Ende setzt, bevor sie sich wieder aufbauen kann. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Sie können unseren Kanal abonnieren, unsere Videos mögen und auf den Super-Danke-Button unten klicken, um nicht die aktuellsten Videos zu verpassen, die von unserem Team mit den neuesten Entwicklungen an der Front und exklusiven Berichten über den von Israel geführten Krieg und alle Konflikte im Nahen Osten vorbereitet werden.